so ein herzliches willkommen hier bei ACVS how to living in a wormhole heute will ich euch ein bisschen präsentieren oder ein bisschen zeigen wie ihr richtig im wurmloch überleben könnt und die kleinen feinheiten wie ihr im wormhole richtig agieren könnt dazu schalte ich jetzt gleich mal um aufs spiel habe natürlich euch ein bisschen was vorbereitet so ihr seht jetzt mein spiel natürlich die grafik ist jetzt nicht gerade der der burner ich habe den runter geschaut weil meine grafikkarte ist gerade ein bisschen am kotzen warum auch immer ist mir jetzt auch relativitätstheoretiker so viele fragen mich ja aber kein problem der local funktioniert funktioniert nein er funktioniert nicht im wurmloch das ist nämlich das größe die größere gefahr so was tue ich wenn ich im wurmloch drinnen bin ihr habt ja schon wenn ihr hier drinnen seid habt ihr schon mal erfolgreich euren scanner herausgefunden wie der funktioniert oder ihr habt euch von stonko oder jason booty ein bisschen beleiden lassen und ihr seid einfach mal blind links ins wurmloch reingehüpft und wisst natürlich jetzt nicht was ich zu tun habe so da möchte ich erst einmal anfangen mit den skills bei den skills ist folgendes zu beachten ihr habt hier in den skill reiter habt ihr irgendwo jetzt bin ich schlecht vorbereitet scannen hier drinnen ihr müsst wirklich alles bis auf archäologie und hacking so hoch wie möglich scannen denn da kriegt ihr scan bonus auf die leistung etc pp und ihr dürft nicht so schlampig sein wie ich das ist nur alles auf drei habe ich bin als gerade selber dabei dieses skills hochzuziehen aber ich habe noch andere sachen die ich auch noch hoch gehen müssen also so wie ihr seht ihr könnt natürlich so wie ich euch spezielle schiffe holen wie zum beispiel dieses nette kestel kastel kästchen es ist nämlich eine as terro warum nämlich die erstens sie hat panzerresistenzen das ist alles uninteressant sondern sie hat 100 prozent reduktion des cpu bedarfs für module so kann ich meinen cover drops betreiben 37,5 bonus auf die stärke von basis und gefechtssonden die basis sind diese core scanner probes oder sister core scanner probes und ich habe zehn prozent bonus auf die verlust stärke von relikt und daten analysatoren tierisch uninteressant für mich weil ich werde ja keine relikte jetzt mit dem ding machen aber ich habe bonus auf die scanners und ich habe aber dazu auch noch meinen sister core scanner probe hergenommen denn der gibt mir auch noch mal zehn prozent bonus auf die stärke von die scanssonden natürlich bin ich dann genau so ich gewonnen und habe einfach mal die billigen kurs scanner probes mitgenommen und mir gedacht hier geht schon ja ihr seht ihr gerade bei mir im fitting auch noch die co prozessoren die brauche ich eigentlich gar nicht aber weil der herr ja auch noch die monde auskennt mit diesem service scanner kriege ich die nur drauf wenn ich die co prozessoren mit drauf packe und alles ausschalte wie zum beispiel die zwei dinger hier so so viel zum thema probe launcher und deren kleinen unterschied also der ist zum beispiel nur dafür da dass ich die monde ausgehen kann also dass ich diese sonden auf die monde abschießen kann so natürlich habe ich im fitting noch drinnen so wie ihr seht die scan accue ich wünsche ich mich schon er red tech 1 reduziert die scan dauer von scansonden kann aber maximum nur einmal verbaut werden das gleiche ist mit dem ding hier den rich fiending erhöhte scan leistung beim scannen mit scansonden nachteil beim einsatz mehrere module oder modifikation des gleichen oder ähnlichen typs die dasselbe attribut des schiffes beeinflussen wird denen wirksamkeit eingeschränkt was bringt es mir ich habe jetzt nur ein so ein teil drinnen glaube ich jedenfalls hoffe ich hinfalls ich habe da noch ein so was bringt mir das ding hier das teil hier es bringt mir einen kleinen scan wo stärken bonus von fünf prozent aber weil ich ein ausgebuffter kerl leben habe ich mir gedacht haust dir noch ein rick rein was mir nochmal 15 prozent extra gibt also ist was ähnliches erbaut also werde ich nicht ganz auf meine 20 prozent kommen sondern wahrscheinlich nur auf 17 oder 18 prozent aber zwei prozent oder drei prozent mehr macht auch schon viel aus so für die jungs die noch nie gescannt haben gibt es folgende regeln in einer post mit so ein force field könnt ihr nicht scannen ihr kriegt die sonden einfach nicht raus der einfachste weg ist ihr lurt mal ganz kurz aus dem force field raus so wie ich jetzt jetzt gerade mit vollem speed machen ich hätte noch auf der bühne reinpacken soll hinterher ist immer schlau so spuren wir halt warten wir einfach mal ein bisschen hier aus so schmeiße aus und geht panikartig wieder rein warum gehe ich wieder rein weil in diesem force field bin ich erstmal safe vor angriffen man kann mich nicht aufschalten man muss die post erstmal runterschießen und mit battlegooser klasse glaubt mir wir haben heute schon strukturschießen gemacht das dauert ewig und will man nicht so jetzt möchte ich ja dieses jetzt habe ich die sonden draußen aber ich weiß ja noch nichts also ich kann nicht scannen oder was macht das zeug jetzt ja ihr müsst diese scannersonden auch erst mal ein befehl geben das macht dieser kleine boller hier scanner und dieser sondenscanner so ihr seht jetzt hier bekommt ihr eine auflistung von diesen scannersonden ihr habt hier ein haufen x und ich möchte gern dieses x da hinten möchte ich gerne jetzt mal das x hier das mag er wenigstens auswählen warum das nicht auswählen kann ich möchte dieses x hier das hier möchte ich gerne ausscannen so wenn ich jetzt hier näher ran scanne sehe ich auch noch so eine sphäre um das x rum dazu komme ich gleich erkläre ich euch gleich jetzt bewege ich erst einmal was wichtiger ist meine scanners unten auf dieses x hin das mal jetzt so perplex muss jetzt nicht ganz so genau sein wie ich jetzt mal aber ich mag es einfach so so jetzt haben haben wir eine blaue sphäre das sind meine acht scannersonden und eine rote sphäre so diese rote sphäre sagt euch breitet euch mal aus ungefähr in dieser sphäre befindet sich irgendwo das signal erst mal wir gehen jetzt auf acht lichtjahre mit der scannersonden und lassen erstmal analysieren so jetzt worten die scannersonden los an diese stelle wo ich denen gesagt habe verteilen sich dort und fangen an zu scannen so das dauert ein bisschen wow ich habe hier ein ich habe hier ein gasgebiet als juden würden sie freuen das ist ein gasgebiet so jetzt muss ich aber ich weiß jetzt aber bei circa 26 prozent das ist ein leichtes scannen bild dass es hier ein gasgebiet ist so jetzt bewege ich meine scannersonden wieder ein bisschen näher ran und verringere die scanner leistung um ein genau genau genauere erfassung der position zu bekommen so jetzt fange ich wieder das analysieren an wir sind jetzt bei 26,7 prozent und ich möchte gerne mehr wissen 55,4 die position hat sich nur ganz minimal verändert ich ziehe meine scannersonden nach so werde wieder die leistung verringern und fange nochmal das analysieren an so bei euch leckt das jetzt ein bisschen im video aber das soll jetzt nicht so stören wow ich habe es ausgescannt ich habe ein geringfügiges gasgebiet gefunden so ich könnte jetzt hinwoppen mache ich aber noch nicht denn meine scannersonden haben eine gewisse lebensdauer in dem fall neben die eine stunde drei minuten bis sie kaputt sind dies ziehe ich erstmal wieder ein lad sie auch wieder nach weil ich bin ein ordentlicher mensch und jetzt könnte ich dort hinwoppen das tue ich jetzt auch aber nicht direkt auf null sondern auf 70 kilometer schalte man ta modul an sehe immer noch dieses rote gebiet dahinten wo ich jetzt drauf zu vorbe und jetzt gucke ich mir erst einmal dieses gebiet mal genauer an wow ich sehe hier fluoride c 72 und fluoride c 70 was ist das überhaupt daraus kann ich wieder reaktionen farmen da brauche ich genau diese zwei sachen ein hydrogen fuel block und 200 isogen und bekomme dafür metano florenz und die reaktion dort drei stunden schön dafür brauche ich aber eine blau pause nämlich diese hier und dazu kann ich jetzt ein bisschen kohle scheffeln also ihr könnt es entweder gleich hier im wormhole verarbeiten indem ihr es an einer station anschließt oder in der station weiter verarbeitet dafür braucht ihr andere komponenten aber das dazu kommen wir später erkläre ich euch in einem anderen video jetzt ist es erstmal wichtig ja ich könnte jetzt hier gar schnuppern also hole ich meinen meiner und gehe gleich mal drauf los ha 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 halt liebe freunde erst mal ganz langsam wir sind hier im wormhole das heißt auf gut deutsch es ist nicht gerade so einfach jetzt hier das gas abzumeiner das problem ist sobald ich hier an dem gas meinere werden früher oder später so genannte mpc gegner auftauchen also sleeper die dann meinen äh mein freund schön dass du mein meinen auspuff schnuppern willst aber ich mag dich nicht deswegen schieße ich dich aus dem schiff raus daher müsst ihr euch immer ausrichten auf einem planeten oder am besten auf die station oder pos und dadurch ihr müsst ja nicht mit vollem speed fliegen fliegt dann mit dreiviertel speed oder halbem speed je nachdem wie schnell euer schiff ist eine fregatte ist dementsprechend verdammt schnell schnuppert an dem gas umeinander oder umkreist das gas aber bleibt bitte nicht stehen wie im highsec denn stehende schiffe sind tote schiffe so jetzt habe ich aber noch ein problem ich habe immer noch das problem mit dem local ich weiß ja nicht wer da ist ja meine freunde das problem ist auch schnell gelöst ihr geht wieder auf den scanner jetzt geht ihr aber nicht auf den sondenscanner sondern auf den richtungsscanner so jetzt kloppt das gleiche fenster wieder auf mir schon mal gesehen hat und seht hier eine komplett andere einstellung also hier die entfernung ich kann auf 14,3 ae komplett aufblähen so seht ihr es besser 14,3 und ich kann um 360 grad scannen es gibt nur einen kurzen impuls und ich sehe was sich hier befindet jetzt sagt ihr aber ey moment mal ich sehe hier gar nichts es sagt ja keine scanner ergebnisse vorhanden korrekt ich habe die einstellung pvp benutzt um alles unwichtige wie Planeten, Monde, Costume Office auszublenden so muss ich wenn ich jetzt zum beispiel ich warbe jetzt mal ganz fix zu meiner Lieblingspost ihr könnt auch während des Warpens immer wieder drauf drücken es ändert sich nämlich weil da ist eure Position von da aus scannt ihr seht ihr es werden immer mehr Informationen und ich sehe immer mehr Scheiße was mich nicht interessiert ich weiß dass hier Planeten sind die sind groß genug die kann man nicht übersehen und das interessiert mich alles ja nicht mich interessieren ja auch nicht die Monde gerade mich interessiert eigentlich was befindet sich hier im Wurmloch also sprich andere Schiffe andere Spieler deswegen benutzt diese vorgefertigte Einstellung pvp und wenn ich jetzt scanne zeigt er mir Combat Sonden an wenn welche draußen sind ungetarnte Schiffe wie zum Beispiel Merlin oder eine oder andere Schiffe je nachdem ob es getarnt oder ungetarnt und was auch wichtig ist ihr müsst immer wieder drauf drücken sobald der Button wieder frei ist drückt drauf wenn ihr eine Maus habt die programmierbar ist ihr habt Tasten dafür dann habt ihr die Möglichkeit ihr seht ja Richtung Scan drückt die V Taste jetzt drücke ich mal bei mir auf die Tastatur V ich tue mal die Maus auf die Seite so ich kann immer wieder scannen alle drei Sekunden kann ich einen Scan Impuls raushauen und sehe was sich gerade hier befindet es ist immer wichtig dass ihr das Fenster offen hält unbedingt offen halten bei dieser Richtung Scanner ist eure ja Versicherung was ihr noch machen könnt wenn ihr das Wurmhole komplett ausgescannt habt bevor ihr überhaupt anfängt hier drinnen irgendwas zu machen warbt ihr einen Jar von euch wenn ihr mehrere Accounts habt auf 30 Kilometer an das Wurmloch ran es reicht auch eine Fregatte mit einem Prototype Tarm-Modul so ich warbe jetzt zum Beispiel das Highset Wurmhole an das jetzt ins Highset führt und bleibt da stehen schön in sicherer Entfernung von 30 Kilometern ich könnte auch auf 100 Kilometer weg warpen ist relativ oder auf 70 ist wurscht nur nicht auf 0 ran oder auf 10 sondern schön mit einer gewaltigen Entfernung meine Empfehlung ist immer 70 Kilometer oder nehmt das kann man dann nehmen Moment jetzt sehen wir jetzt irgendwas was ich anwurfen könnte so ihr könnt auf 50, 70 und 100 meine Empfehlung ist immer die 70 ich warbe immer auf 70 aber nicht einfach so blöd dastehen sondern bewegt euch ein bisschen weg von dem Ding weil der nächste kommt von dem Planeten und denkt sich ihr seid schon ein bisschen doof ihr werdet wahrscheinlich von der Post gekommen sein und kann euch in 2500 Meter Entfernung also alles was niedriger als 2500 Meter ist kann euch enttarnen schon hat er euch und schon ist euer Scout platt deswegen bewegt euch ein bisschen bleibt ein bisschen weg was ich nicht empfehle und kreiste das Ding nicht das hat überhaupt keinen Taug bleibt einfach irgendwo stehen wo ihr meint war seid ihr safe euch in einer Position zu finden wo ihr sein könnt ist schwierig aber somit habe ich jetzt zum Beispiel dieses Wurm noch im Auge ich höre wenn was reinkommt und durch meine allgemeine Einstellung sehe ich auch hier in der Overview falls sich irgendwas hier enttarnen sollte sollte sich hier ein Kampfschiff Manticore was weiß der Geier alles Fregatte PVE Fregatte außer Venture ja Venture könnte auch gehen wenn ein anderer Spieler reinkommt und ihr wisst ihr könnt ihr nicht angehen versteckt euch auf dem Safe Spot schmeißt schmeißt eure Tarnung an oder ja fliegt auf Station bleibt in der Nähe von der Station ihr müsst nicht gleich andocken bleibt einfach in der Nähe von der Station wenn ihr wisst was der macht wenn ihr jetzt an nur Co-Prob Scanner kommt dann wisst ihr oh der möchte auch gerne wissen was da drin ist möchte gerne eine Site ausscannen entweder geht ihr ihn an oder ihr lasst ihn in Frieden und lasst ihn was abschnuppern oder abstauben es liegt an euch aber was ich euch empfehle bleibt immer auf Nummer sicher ihr wisst nicht nicht jede Venture ist zu meinen da denn die Venture wird auch ganz gerne genommen als Scout weil die ist schnell die ist schnell im Warp die ist schnell weg so was ich jetzt natürlich im Warmhall wieder nicht gemacht habe ist der Dauerscan normalerweise wenn ich im Warmhall bin benutze ich auch den Dauerscanner es muss nicht andauernd gescannt werden aber ab und zu mal draufdrücken gucken alles gut dann wieder ein paar warten bisschen draufdrücken alles gut und so weiter und so fort so seid ihr im Wurmloch sicher bevor ihr startet im Wurmloch benutzt euren Sondenscanner nehmt euch die Zeit ihr müsst nicht jede Anomalie anwoppen sondern zumindest schon mal ausgescannt haben dass ihr wisst womit ihr euch was hier drin sich befindet andere Wurmlöcher zum Beispiel würde ich euch markieren würde rein lunzen wo geht das hin das könnt ihr ganz easy rausfinden wenn ihr auf das Wurmloch auf dieses Info anzeigen drückt oder auf ne hier auf das Info anzeigen dann seht ihr schon ein instabiles Wurmloch in den Tiefen des Alls Wurmlöcher dieser Art brechen für gewöhnlich nach ein paar Tagen zusammen blablabla interessiert uns nicht uns interessiert nur ab hier was schreibt das Wurmloch uns hier dieses Wurmloch führt scheinbar in gut gesicherte Bereich des Alles dieser Text heißt das Ding führt mich ins Heisek ob das jetzt eine Heisek Insel ist ob das jetzt wirklich das Heisek ist sei dahingestellt es ist auf jeden Fall 1,0 bis 0,5 steht da aber in schlecht gesicherten Bereichen das alles dann ist es 0,4 bis 0,1 wie weit ihr oder wie tief ihr im Lowseck seid kann euch keiner sagen müsst ihr selber gucken also rausspringen gucken wie weit bin ich von meinem Trade Hub entfernt oder vom nächsten Trade Hub entfernt hier weiß ich das führt mich nach Hedion also Einsprung von Amar weg gut weiß ich Bescheid und dann ist dieses dieser Textabsatz auch sehr wichtig ähm dieser Textabsatz ist auch sehr wichtig dieses Wurmloch zerfällt bereits und wird wohl wird womöglich keinen Tag länger bestehen das heißt dieses Wurmloch besteht maximal 4 bis 18 Stunden in dieser Zeitspanne kann irgendwann einmal das Wurmloch zusammenbrechen dann ist dieser Textabschnitt für euch auch von Bedeutung nämlich die Stabilität dieses Wurmlochs wurde noch nicht so stark von den durchfliegenden Schiffen beeinträchtigt also diese zwei Zeiler sagt mir aus ja dieses Wurmloch hat genug Masse um noch Schiffe durchfliegen zu lassen weil ja ein Wurmloch hat nur eine bestimmte Menge Masse das könnt ihr rausfinden indem ihr auf euer Schiff auf Info anzeigen geht dann auf attribute dann seht ihr hier eure Masse je höher die Masse ist desto mehr Masse nehmt ihr das Wurmloch weg ja klar keine Frikatten und Shuttles fressen nicht viel da kannst du hundertmal durchfliegen und es passiert nichts außer du hast einen Battlecruiser also wenn ihr zum Beispiel ein Wurmloch schließen wollt weil es euch nicht gefällt oder ihr wollt es einfach nicht nehmt einen Battlecruiser macht einen Microwarp drauf oder Amor oder Amorplatten und Microwarp Somit habt ihr eine definitiv höhere Masse und ihr könnt das Wurmloch schneller killen ist sehr wichtig wenn es in Nosek geht oder ihr wisst uuuuh da kriege ich oft Besuch rein will ich nicht mach jetzt mal Dichte aber bedenkt macht das nicht zu oft und achtet immer auf diese Information hier wie stark beeinträchtigt ist es es kann nämlich passieren dass genau wenn ihr jetzt wieder rausfliegt das Wurmloch dann sich schließt weil die Masse beendet ist oder die Masse erreicht ist dann habt ihr euch selber ausgesperrt und euer Zeug bleibt hier im Wurmloch und ihr seid da draußen ob ihr das Wurmloch dann wieder findet ist sehr unwahrscheinlich so dann haben wir aber noch eine einzige Information die für uns wichtig ist nämlich diese hier Schiffe bis zur mittleren Größe können dieses Wurmloch passieren das heißt nur Schiffe bis Größe Battlecruiser können hier rein das bedeutet für mich schon wieder dieses Wurmloch ist C1 oder C2 ab C3 können bis zu Battleships durch C4 und C5 können Carrier rein jumpen bei C4 und C5 müsst ihr auch wieder es gibt da so Feinheiten da gibt es eine schöne Seite wo man das nachlesen kann da gibt es ein Wurmloch Index dann seht ihr was hat das Wurmloch Static hat es Static zu einem anderen Wurmloch ist es Static Highsack Static Lowsack Static 0 0 und 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 bevor ihr hier einen Wurmlochkoller kriegt unser Wurmloch zum Beispiel hier ist Static High wir haben immer einen Highsack Ausgang wir haben sogar so viel Glück dass wir dass unser Wurmloch immer zwei Jumps vom oder bis jetzt immer zwei Jumps von irgendeinem Trade hat Dementsprechend haben wir auch oft Besuch müssen wir halt dementsprechend oft aufpassen aber mit dem T-Scan ist das alles kein Problem was ihr aber auch noch machen solltet das ist das allerhöchste Gebot wenn ihr ein Wurmloch habt macht Bookmax wie mache ich Bookmax würdet ihr euch fragen ihr klickt da auf rechtsklick und sagt Ort speichern wir wissen dass das Wurmloch zum Beispiel ins Highsack führt da kann ich jetzt ganz ideal lustig schreiben Ausgang weiß ist hier ein Ausgang Highsack habe ich schon gemacht jetzt habe ich schon ein drittes könnt ihr dann auch ganz easy wieder entfernen wenn ihr sehr so viele habt wie ich oder könnt ihr das Ort nochmal bearbeiten und ihr seht dann gleich hier in Eve Time mein Bookmark läuft am 8.4 also morgen um 19.43 aus das habe ich eingestellt weil ich denke mal bis dahin wird dieses Wurmloch schon nicht mehr existieren definitiv nicht mehr existieren ihr könnt es auf 3 Stunden oder 2 Tage einstellen oder niemals so das war es jetzt erst einmal von How to Wormhole wie lebe ich richtig im nächsten Video zeige ich euch wie ihr eventuell richtig fitten könnt wobei das auch kein großes Hexenkunst ist ihr müsst auf jeden Fall Omni-Tank finden sprich was bedeutet Omni-Tank das kann ich euch ganz schnell sagen Omni-Tank heißt ihr seht hier eure Resistenzen jetzt bin ich falsch geworbt Omni-Tank heißt ihr habt hier eure Resistenzen so nochmal Omni-Tank bedeutet ihr habt eure Resistenzen hier in meinem Fall ist es 0 20, 40, 50 und ihr versucht mit eurem Fitting diese Resistenzen also ich bin auf jeden Fall Schild-Tank das heißt meine Schild müssen 50, 50, 50, 50, 50 sein oder 70, 60, 70, 60 beispielsweise das nennt man Omni-Tank also ich schaue ich schaue dass ich alle meine Resistenzen einigermaßen gleichmäßig nach oben schraube das kann ich mit Recks machen oder mit Med-Slots oder auch mit Low-Slots aber das zeige ich euch im nächsten Video da werde ich euch ein paar Schiffe präsentieren die ihr benutzen könnt und ich bedanke mich fürs Zusehen hier bei How to Living in a Warm Hole ich freue ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid wenn ich dann euch erkläre wie das Fitten richtige Fitten von den Schiffen funktioniert und ich wünsche euch bis dahin viel Spaß Ciao